Schönen Tag meine Rap-Fans und willkommen zur ersten Viertelfinal-Analyse des CMBs und zwar der Tomate gegen Scout. Die Analyse ist dann nochmal ohne Alex, da es wieder ziemlich kurzfristig ist und wir haben wenig Zeit haben, deswegen machen wir das jetzt auch ganz schnell so wie gewohnt. Und ja, dann beginnen wir mal ganz locker flockig mit der Bewertung und zwar Video, ja das ist irgendwie komisch und zwar Scout hat irgendwie mit einem kleinen Mitverständnis mit dem Motto gehabt, da hat zwar ein übelst geiles Video gehabt, auf jeden Fall besser als Illu Tomatis Video vom Aufwand her bzw. sieht auf jeden Fall cool aus. Dafür erstmal ein 2 zu 1 an Scout, aber wie gesagt Illu Tomatis, das Motto eigentlich ziemlich gut umgesetzt hat und bei Scout leider nichts dabei war, geben wir wiederum ein 3 zu 0 an Illu Tomatis für Kreativität, damit wir das auch mal hinter uns gebracht haben. Was Flow betrifft ist Illu Tomatis eindeutig besser, ich fand sogar die letzte Runde von Scout etwas besser, was Flow betraf, da hat er irgendwie mehrere Flow Fehler in der Runde und die sind auch etwas blöd hörbar. Illu Tomatis ist auf jeden Fall ziemlich gut, ich fand sogar die Runde vom Klang her, also besonders bei der Hockney auch nicht wirklich cool, ich fand die Runde gegen Neon etwas besser, was den Flow betraf bzw. von der Musikalität, aber ist jetzt extrem Gesemagssache, aber dennoch bekommt Illu Tomatis 2 a 1 für Flow. Technik ist extrem und zwar eigentlich technisch das beste Battle, wenn man so bedenkt, im ersten Blick haben beide ziemlich hohe Silbenzahl und ziemlich stark auf beide, das Problem ist halt, dass Scout besonders im zweiten Part extrem zweckig ist, dementsprechend folgen auch ein paar Logikfehler, die sich auch bei den Punchlines übertragen. Nach einer Diskussion mit mir und Alex, wie wir das jetzt bewerten sollen, weil wir waren jetzt auch zwischen 2 zu 2 und 2 zu 1 für Illu Tomatis haben wir tendiert, wir haben es dann doch knapp für Illu Tomatis 2 zu 1 gegeben, weil halt, wie gesagt, beide waren ziemlich stark, aber bei Scout waren halt ein paar blöde Zweckreime, nicht nur ein paar, das war halt, besonders beim zweiten Part war das ziemlich oft der Fall. So, Punchlines, und zwar Scout erster Part, Scout hat jetzt im Gegensatz zur Runde gegen Age 2 Parts gebracht, aber dennoch fand ich die Runde gegen Age bzw. die Part gegen Age, sagen wir so, eigentlich stärker, da kam einfach viel mehr vor. Im ersten Part war da am Anfang nicht wirklich stark, da war auch noch so ein kleiner Logikfehler, mit Bretter vom Kopf und Kellergeschoss, die dritte, vierte Line. Der Ansatz war eigentlich ziemlich cool, das Problem ist halt, dass es halt, wenn er schon die Asperger Skala meint, dann ist es eher so eine Art, also nicht das Elfte ist, sondern eher ein Kompliment, dass die Lieder mal in der Skala sind. Er hätte es irgendwie so umgekehrt formulieren müssen, dass sie nicht im Kellergeschoss sind, sondern eher über der Skala oder so, das wäre ziemlich witzig gekommen. Aber dann die letzten vier Lines waren ziemlich gut vom ersten Part. Wie ich das auch schon mehr oder weniger gespoilert habe, ist der zweite Part noch schwächer, wegen den ganzen Technikblendereien, die er macht. Zum Beispiel, die Line mit, er geht Langhandelstämmen und ich habe was anderes gesehen, Pfandflaschenbattle, das war ein bisschen random. Ja, er ist einfach so Technikblenderei und das Problem ist halt, dass Inno Tomati technisch gut ist, ziemlich gut sogar, vielleicht sogar einer der Besten im Turnier. Und dann hätte er sich eher mehr auf die Punchlines konzentrieren sollen, denn Inno Tomatis Runde war nicht wirklich krass vom Punchlines her, aber das kommen wir noch später. Dementsprechend waren in der zweiten Part eigentlich fast keine gute Line dabei, außer diese. Eine Line und sie wird euch derbe zerreißen, da kann man euch zumindest mit Ketchup vergleichen. Gesamt betrachtet war die Runde von Scout, Punchline technisch nicht wirklich stark. Natürlich war das jetzt so gesamt gesehen etwas besser als die Runde gegen Age, weil es halt zwei Parts waren und gesamt betrachtet war das etwas besser, aber sagen wir so, so ein Part, wie er gegen Age gebracht hätte, das hätte ihm auf jeden Fall ziemlich hart geholfen. vom Niveau her, weil er da eigentlich viele gute Lines miteinander gehabt hat und bei der ist es eher nicht wirklich der Fall gewesen. Inno Tomatis Runde hat sich gut auf das Video-Konzept aufgebaut und die Runde puncht auch an sich gesehen als Gesamtes ziemlich cool. Aber dennoch waren da ein paar starke individuelle Lines, unter anderem von Jasons Part gibt's da, sechs gute Lines da, also individuell gesehen. Checken sie, dass Reden über Geld nichts bringt, weil das auch nicht kompensiert, dass sie hässlich sind. Keine Zeit für Age müssen sie gerade sagen, man hatte keine Zeit für ihren richtigen Namen, ihr Körperbau so straight out of Auschwitz und sie kommen im End zum Date mit so einem autistischen Outfit. Nebenbei, ich fand ja den Fliesenübergang von Jason zu Tin, also wie sie das Konzept dargestellt haben, ziemlich geil. Und dann war der Part von Tin auch ziemlich gut. Da waren auch sechs gute Lines dabei, besonders am Ende. Dennoch fanden wir, dass die Runde gegen Neon minimalst besser war, aber gesamt gesehen wahrscheinlich sogar etwas besser, dadurch, dass sie das Auto eigentlich ziemlich geil erfüllt haben. Und sonst haben die eigentlich überall stagniert. Dementsprechend geben wir da ein 2 zu 1 an Ilo Tomati. Punkt du Punchlines, jo. So, dann, User Award geht sowas von klar an Ilo Tomati. Wundert mich aber, dass Ilo Tomati irgendwie extrem viele Likes hat, also irgendwie 24 Likes oder so, falls mich erinnern kann, bin mir nicht sicher. Und Scout auf einmal 20 Dislikes, ja kommt, also, ja. Wie gesagt, ich bin, ich finde es immer blöd, wenn Leute so hart gedisliked werden. Ich meine, die haben sich auch Mühe gegeben und so schlecht war die Runde nicht. Es gab auf jeden Fall viel schlechtere und wie gesagt, das hat auf jeden Fall sein gutes Viertelfinalniveau und der ist auch berechtigt im Viertelfinale dabei. Aber jetzt ist halt Scout wieder raus. Ja, damit steht Ilo Tomati im Halbfinale. Achso, den Extrapunkt kriegen die auch noch selbstverständlich und dementsprechend steht es dann 12 zu 5 für Ilo Tomati. Und ja, das war's dann eigentlich mit der Analyse. Morgen kommen die Runden Cäsar gegen Buses. Otto-Style-Runde. Die Previews sind wieder auf Twitter verfügbar. Und bevor ich das vergesse, ja, noch endlich die offiziellen Awardsverleihungen. Und zwar, wir haben 12 Stimmen gehabt, beziehungsweise haben 12 Leute abgestimmt. Manche Stimmen sind, sagen wir so, teilweise voll, beziehungsweise manche haben für eine andere Kategorie falsch abgestimmt und dessen Stimmen haben wir jetzt nicht komplett gezählt. Deswegen gibt es jetzt zum Beispiel in einer Kategorie mehr Stimmen als bei den anderen. Aber wir werden jetzt einfach nur die Reihenfolge sagen und ohne die Stimmenanzahl, weil man das auch selber ganz gleich nachprüfen kann. So, für Video gab es eigentlich zwei Gewinner und zwar auf dem zweiten Platz hat sich da Mio mit seinem ziemlich Entertainment-lastigen Video gefunden. Auch ziemlich simpel, aber ich denke, wir haben den Fall für Mio gewartet in dem ersten Part. Aber erster Platz geht eindeutig an Ilo Tomati für Achtelfinal-Video auch noch ziemlich geil war. Ich denke, dafür hätte ich auch gewartet. Ja, Hook gab es mehrere Drittplatzierte, unter anderem Mio-Feature für MC Souka Blert, Neon und Ilo Tomati. Der zweite Platz geht an Mula und der erste Platz geht an Neon für sein Feature bei MC Souka Blert. Motto gab es auch mehr oder weniger nur zwei Gewinner und zwar zweiten Platz belegt Mio und erster Platz belegt Baba Kürbis, was auch ziemlich geil gemacht wurde. Aber ich meine, es kamen eigentlich nur die zwei Leute infrage, also ich meine, für mich gäbe es auch keine richtig drittplatzierten. Natürlich gab es so Leute wie Neon oder Cäsar, die halt wahrscheinlich den dritten Platz verdient hätten, die auch ziemlich stark waren, aber es hat halt keiner für die gestimmt. So, die beste Line und zwar gab es quasi zwei Erstplatzierte und einen Drittplatzierten. Den Drittplatzierten belegt Mio und die zwei Erstplatzierten sind auch andere Black Devil und Green Tornado und Ilo Tomati. Aber laut der Community ist dann die drittbeste Runde kommt von Cäsar, die drittbeste Runde von Ilo Tomati und die beste Runde des Achtels kommt von Mio. Herzlichen Glückwunsch an alle Award Gewinner. Es gibt das noch eine Award Verteilung im Viertelfinale, dann nochmal eine Award Verteilung für die ganzen Bonus Battles und dann die letzte Award Verteilung ist für das Halbfinale und für das Finale. Wahrscheinlich machen wir dann nochmal ein Award Video für alles Zusammenhalt. Naja, egal. Das passt dann. Das war's mit dem Video. Haut rein. Auf Wiedersehen und Tschüss.